Wenn die Schule aus ist, haben Mitteldeutschlands Teenager nicht nur mit Hausaufgaben zu tun. Es gibt für sie sehr viel mehr organisierte außerschulische Beschäftigungen als in der Bundesrepublik. Sportclubs und Arbeitsgemeinschaften spielen eine außerordentliche Rolle. Rund 750.000 Schüler waren 1965 allein in Schulsportgemeinschaften organisiert, die über die jungen Pioniere und die FDJ großzügig vom Staat gefördert werden. Solche Förderung dient nicht nur der Volksgesundheit, sondern erklärtermaßen auch der vormilitärischen Erziehung. Das Sportleistungsabzeichen trägt die Inschrift, bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat. Es wurde bisher von Hunderttausenden erworben. Bei solchem Training können sich in Massen sportliche Talente entfalten. Die jugendliche Sportelite kommt zur Kinder- und Jugendspartakjade nach Ost-Berlin, wo praktisch die Vorausscheidung für Mitteldeutschlands künftige Olympianteilnehmer erfolgt. Von der Ausbildung zahlreicher Spitzensportler erhofft sich Ost-Berlin wiederum internationale Aufwertung für ein Staatsgebilde, um dessen Anerkennung auf allen Gebieten unermüdlich geworben wird. Eine andere Elite wird hier herangebildet, in den Stationen junger Techniker und Naturforscher. Solche Einrichtungen bestehen in den meisten Städten Mitteldeutschlands, auch schon in ziemlich kleinen Orten. Sie werden von der Staatsjugend organisiert, von Staat, Gemeinden und Betrieben finanziert. Im kleinen Berdau in Sachsen gibt es unter anderem Arbeitsgemeinschaften für Maschinenbau, Buchdruck, Hochfrequenztechnik, Biologie und Textilchemie. Lehrer, Werkmeister und Facharbeiter mit besonderer Qualifikation für den polytechnischen Unterricht geben die nötige Anleitung. Betriebe erteilen Forschungsaufträge und helfen ihrerseits bei der Ausstattung der Station. In Berdau zeigte man stolz Diplome wie dieses. Bei der Durchsetzung des wissenschaftlichen Fortschritts durch die Jugend der Deutschen Demokratischen Republik hat die Arbeitsgemeinschaft Textilchemie, Station junger Techniker und Naturforscher Werdau mit den Analysen der Färbemethoden bei Stoffen hervorragende Leistungen vollbracht. In der Tat werden in diesen jüngsten Einrichtungen für die technische Elite von morgen beachtliche Leistungen erzielt. Eine sehr viel ältere Einrichtung für eine künstlerische Elite, die Palukka Ballettschule in Dresden. Ein Beispiel für Mitteldeutschlands Spezialschulen. Die Schule hat den gleichen Grundlehrplan wie die Einheitsschule mit Russisch als erster Fremdsprache. Zusätzlich aber wird intensive tänzerische Ausbildung betrieben. 1950 wurde die Schule einmal wegen Missachtung der Massenerziehung offiziell gerügt. Aber das ist lange her. Seit sich in Mitteldeutschland die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass entgegen der Ideologie schon die Kinder eben nicht gleichmäßig, sondern höchst unterschiedlich begabt sind, ist Ostberlin mit den Spezialschulen und Klassen für mathematisch, technisch und musisch besonders begabte, stillschweigend längst zum Elite-Prinzip auch für die Schüler übergegangen. Ist damit das Prinzip der Einheitsschule durchbrochen? Ja und nein. Das Pensum der Einheitsschulen muss auch in den Spezialschulen absolviert werden. Dennoch sind sie streng genommen ein Fremdkörper im offiziell verordneten einheitlichen sozialistischen Bildungssystem. Vielleicht aus diesem Grunde sind Angaben über die Gesamtzahl von Spezialschulen und Schülern nirgends erhältlich. Von den 120 Schülern der Palukka-Schule leben etwa 50, die Unterstufe, im Internat. Die Oberstufe ist privat untergebracht. Die Eltern zahlen zwischen 450 und 700 Mark im Jahr. Vom 9. Schuljahr ab gibt es ein Stipendium von 90 Mark monatlich. Bei besonderer Leistung können 50 Mark Leistungsstipendium hinzukommen. Die Zucht im Internat ist streng, Fernsehen ist nicht erlaubt, nur Radio. Der Ballettunterricht stellt, wie überall in der Welt, härteste Anforderungen. 100 Mal wird die gleiche Übung gemacht, 100 Mal korrigiert. Einzig das Klavier war offenbar lange nicht korrigiert, nicht gestimmt worden. Aber es stand da auch schon seit der Gründung der Schule 1925. 1. 5. 6. 8. 8. 8. 7. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 13. 12. 13. 13.